Mein Name ist Erik aka Zigzerik und ich date euch gerne immer über die Extraction Loot Shooter ab. Heute geht es aber speziell um den DMZ Modus, denn wir haben neue Leaks und das betrifft ausschließlich DMZ. Zuerst einmal, was heißt DMZ? Es wurde immer spekuliert, dass es die Demilitarized Zone ist. Mittlerweile haben wir eine genauere Bezeichnung und es heißt Deployment Zone. Also Deployment Zone, der offizielle, äh nicht offizielle, der offiziell gelegte Begriff. Also auch das kann sich wieder ändern. Aber anscheinend scheint es die Deployment Zone zu sein, die am 16.11. kostenlos in Warzone 2 und im Spec-Up Modus released wird. Also der DMZ Modus wird komplett kostenlos. Zwar ist so gut, dass es kostenlos ist, war ja schon bekannt. Genauso, dass die Map, auf der wir spielen, Al-Masra sein wird. Also die Map, die auch in Warzone 2 gespielt wird. Das ist ein Sandbox-System sein wird, das ist auch bekannt. Und jetzt wird es ein bisschen interessanter. Wir haben eigene Win-Konditionen, das heißt wir definieren sozusagen jede Runde selbst mit unseren Missionen. Und mit der Art und Weise, wie wir spielen wollen. Wollen wir etwas langsamer und ruhiger spielen? Vielleicht die Map erkunden? Wollen wir rein PvP machen? Oder wollen wir Missionen erfüllen? Das sind unsere Win-Konditionen und da haben wir jetzt eine neue Info. Und zwar scheint es dafür zwei, zwar mindestens zwei Fraktionen zu geben. Die erste Fraktion heißt Black Mouse. Und die Black Mouse ist zuständig für die Erkundung der Map und für das Bereisen der Map. Das heißt, die Black Mouse wird uns Aufgaben geben, wie zum Beispiel Betrete die und die Station, das und das Gebiet, halte dich da und da auf, geh dort und dorthin, bereise so und so viele Kilometer, packe einen Rucksack voll und geh mit einem vollen Rucksack raus. Solche Dinge wird der Black Mouse zugeschrieben in Zukunft. Dem gegenüber steht der White Lotus. Der White Lotus, also die Fraktion White Lotus, gibt euch Quests wie zum Beispiel Finde radioaktives Material und entkomme damit. Oder platziere einen Peilsender auf der und der Raketenstation. Oder sammle Informationen über den Boss in der und der Festung. Außerdem ist White Lotus zuständig für die Eliminierung von künstlicher Intelligenz, also von den Spielern, sozusagen von der KI auf der Map. Hier auch nochmal eine neue Info. Wir haben momentan die Info, dass wir 100 Spieler auf der Map haben und 400 KI-Gegner. 400, also die letzte Zahl war 300. Die ist mittlerweile aufgerüstet auf 400. Also insgesamt 500 Einheiten sozusagen auf der Map, was wahnsinnig viel ist. Aber die Map ist natürlich auch riesig. Und der White Lotus verlangt von uns, KI zu töten. Also, bringe so und so viele KI-Einheiten da und da um. Wie auch immer die jetzt heißen, die werden momentan als Grunts bezeichnet. Töte so und so viele Grunts, beschaffe dir so und so viele Waffen von den Grunts. Bis hin zu töte Bosse, bring ihre Waffen raus, exahiere den und den Boss, die Ausrüstung von dem und dem Boss. Also all solche Aufgaben sind in Zukunft dem White Lotus zugeschrieben. Wer jetzt denkt, ja gut, die KI ist ja ziemlich lächerlich. Das Spiel ist jetzt vier Jahre in der Entwicklung und wir haben in den letzten Videos gesehen, dass die KI wirklich stark verbessert wurde. Also es scheint hier eine wirklich krasse Verbesserung zu geben, dass sich die KI realistisch verhält. Wie sich das spielen wird, werden wir natürlich sehen. Das ist jetzt alles noch hoch spekulativ. Aber, dass die KI gut funktioniert, ist eine Grundvoraussetzung, dass der DMC-Mode gut wird. Kommen wir zu einem absolut entscheidenden Punkt und zwar das Loot-System. Wir reden ja von einem Extraction-Loot-Shooter. Wir müssen hier unterscheiden. Extraction-Shooter sind zum Beispiel Shooter wie Hunt Showdown. Loot-Shooter sind zum Beispiel Shooter wie Destiny. Und wir reden von einem Extraction-Loot-Shooter. Das sind Spiele wie Escape from Tarkov und The Cycle Frontier, Marauders. Das sind momentan eigentlich die drei einzigen Loot-Shooter, die es so richtig gibt. Dead Drop ist noch in der Entwicklung von Dr. Disrespect. Ja, und der DMC-Modus. Eine Sache fehlt noch. Und zwar Lost Light. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Jedenfalls, was diese Extraction-Loot-Shooter ausmacht, ist eben, dass es ein Extraction-System gibt. Also, dass Leute erstmal alles verlieren, wenn sie sterben, High Risk, High Reward, dass sie gewisse Ausgänge zuordnet bekommen, die sie erreichen müssen, unabhängig davon, was sie in der Runde machen. Ob sie PvP machen, alles niederschießen, was sammeln oder die Map erkunden. Das ist komplett einem selbst überlassen. Das gibt einem die Freiheit bei diesen Extraction-Loot-Shootern. Und dass eben Loot zu sammeln ist, der auch eine Bedeutung hat, der ein System hat. Also, dass man Loot nicht einfach nur sammelt, damit man die nächste Waffe nutzen kann, sondern Loot, mit dem man seine Basis ausbauen kann, mit dem man vielleicht handeln kann, das man für Missionen braucht, mit dem man was craften kann. Also, auch ein Crafting-System. All das setzt sozusagen ein komplexes Loot-System voraus und definiert am Ende den Extraction-Loot-Shooter. Jetzt ist halt das große Fragezeichen im DMC-Modus, es ist wirklich auch ein Loot-basiertes System. Und wir wissen, dass es Rucksäcke geben wird. Das wussten wir bereits aus dem Warzone-2-Modus. Allerdings haben die Leute da gesagt, ja gut, Rucksäcke sind ja nur dafür da, dass man mehr Munition tragen kann. Also, es ist ja kein richtiges Loot-System. Mittlerweile wissen wir aber, durch Leaks, Vorsicht, dass es ein sogenanntes Kachelsystem geben wird. Das bedeutet, die Rucksäcke im DMC-Modus scheinen kleine Kästchen zu haben, in denen man Items, Tetris-mäßig wie in Escape from Tarkov, reinlegen kann. Das bedeutet, beispielsweise eine Waffe hat zum Beispiel zweimal drei Felder und diese Waffe muss eben Platz im Rucksack oder im eigenen Inventory finden. Was auch dafür spricht, dass dieses Spiel ein komplexeres Loot-System hat, ist, dass es einen Flea-Market geben wird, wie in Escape from Tarkov. Das heißt, irgendeine Art Handelssystem, in der Items abgegeben und verkauft werden können. Woraus, also wahrscheinlich an andere Spieler, sozusagen, wie bei Escape from Tarkov, Items werden reingestellt und können an Höchstbietenden dann verkauft werden. Beziehungsweise zu festen Preisen dann, je nachdem, was der Markt gerade hergibt, eingestellt werden und von anderen Spielern gekauft werden. Also ein richtiges ökonomisches System, welches sich primär um dieses Loot-System dreht. Wenn das so kommt, dann haben wir unsere Definition 100% erfüllt, weil die Missionen in Kombination mit diesem Loot-System dann wirklich am Ende des Tages einen Extraction-Loot-Shooter definieren. Was wir auch wissen, ist, dass die Spieler mit einem festen Loot-Out in eine Runde reingehen. Und zwar können sie sechs Items mitnehmen, das sind zwei Primärwaffen plus Extras. Leider gibt es hier auch die Option, einen Killstreak mitzunehmen. Das lässt einige so ein bisschen die Nase rümpfen, weil dann geht es wirklich darum, elf, zwölf Gegner zu killen und dann einen Killstreak auszulösen. Also zum Beispiel Luftverstärkung zu holen, dass das und das Gebiet bombardiert werden kann. Auf der anderen Seite kann ich mir auch sehr, sehr geil vorstellen. Stellt euch vor, ihr greift eine Basis ein als Solospieler und die wird vom KI bewacht. Und ihr habt einfach riesen Probleme, da reinzukommen. Ihr killt sechs, sieben, acht gegnerische KI-Einheiten. Und wenn das Killstreak-System auch auf KI-Einheiten gilt, dann könnt ihr dann sozusagen einen Luftschlag anfordern. Und das gegnerische Gebäude mit einem Luftschlag bombardieren. Und während das Bombardement auf diese Basis einprasselt, die Basis stürmen und die restlichen Gegner oder vielleicht euer Hauptziel ausschalten. Also zum Beispiel den betreffenden Boss und seine Waffe extrahieren, was wiederum von den Missionen notwendig ist. Also es bietet sehr, sehr viele Möglichkeiten, wenn dieses System nicht nur auf Spieler orientiert ist, sondern auf KI. Also tatsächlich, wenn man das so sieht, könnte es sogar was sehr, sehr Geiles werden. Es ist natürlich ein ultraschweres Balancing. Also da bin ich sehr, 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 sehr gespannt, wie das kommen wird im DMC-Modus. Was natürlich auch sehr gefährlich ist, und das haben wir gesehen bei The Cycle Frontier, ist, dass jeder Extraction-Loot-Shooter sehr anfällig ist für Cheater. Im Tarkov sehen wir das auch. Wir sehen das eigentlich überall, dass Cheater, sobald wir einen Extraction-Loot-Modus haben, dass Cheater auf dem Plan sind, die dann auch mit ihren Cheats Items sammeln und dann für Echtgeld verkaufen. Und das ist das sogenannte RMT-Handelt, das Real-Money-Trading. Gerade wenn das Spiel kostenlos ist, wie wir es bei Cycle Frontier gesehen haben, wird das Spiel überflutet von Cheatern. Mittlerweile hat Cycle extrem viele Maßnahmen ergriffen und sie scheinen das Problem jetzt schon gut im Griff zu haben. Escape from Tarkov ist nicht kostenlos und hat trotzdem Probleme mit Cheatern, und zwar massiv. Also das ist immer sehr, sehr anfällig für Cheater und im DMC-Modus erwarten wir nichts anderes. Also was ist hier die Maßnahme gegen Cheater? Bisher wissen wir nur von dem Anti-Cheat-System, das sogenannte Ricochet-System. Ricochet wird eingesetzt, ist bereits eingesetzt im Voson-Modus. Die Profis aus Voson können das besser beurteilen, wie effektiv das Ganze ist. Jedenfalls ist es momentan auch geplant für den DMC-Modus. Mal sehen, ob das die einzige Maßnahme sein wird, weil wir wissen, Extraction-Loot-Shooter schockt massiv, äh, lockt massiv, äh, unschockt, äh, lockt massiv Cheater an. Ich freue mich jetzt schon auf die nächsten News zum DMC-Modus. Wenn ihr nichts verpassen möchtet, haut gerne einen Follow raus, würde mich sehr, sehr freuen. Es motiviert auch sehr, 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 weitere Videos zu machen. Ich bleibe auf jeden Fall am Ball, so oder so. Und sage an dieser Stelle Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Und bis dahin, bleibt gesund und sauber. Hasta luego und hasta la vista.